hey leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von seven days to die wie geht denn das spiel noch mal lang ist sehr man sollte nicht so viel produziert ja lang ist her die kalli wollte mal nicht und was ist es meine schuld und außerdem habe ich gehört das ich habe auch irgendwas über die kleidung gehört aber jetzt habe ich ja schon auf jeden fall dass die kleidung kühlt aber ich wie gesagt ich möchte nicht das ganze inventar mit kleidung voll haben um die verschiedenen elementen zu trotzen deswegen laufen wir nackig um als uns noch irgendwelche kühlungsobjekte reinzupacken aber egal wir haben bald die ja verdammt wir haben bald die nacht der nächte wieder einmal ich hau mal lieber nicht sonst mache ich da irgendwas falsch oh wunderschön guck mal ich habe schlitzemesser ich weiß auch nicht irgendwie bin ich gerade nicht im aufnahmefieber hier komme ich nicht an die werkbank ja weil ich gerade hingestellt und ich weiß gar nicht wie das geht wieso habe ich da hingestellt weil ich nichts ahnung habe so wir machen uns ein bisschen und zwar so ja lass uns das mal so tun warte mal wie wir haben das noch mal mitteilen nein das war es nicht ja ich würde die objekte hier gerade teilen die objekte noch teilen ich bin irgendwie verwirrt heute ja ich habe keine ich habe keine ahnung wie das geht ich bin leicht verwirrt ich bin leicht verwirrt aber eigentlich könnte man nach heiß doch drauf ab an die frische luft ab zu den zombies wir kommen reise zur siedlung finde trader was oder trader hätte auch ein name sein können ich höre die vögel zwitschern oh gott ich komme ja nicht hoch ach ich bin um zombies ja ein zombie hinter mir ich gehe mal gucken ich vernehme nichts mein inventar ist auch voll mal ein paar bäume mal ein paar bäume pflanzen wenn ich um runterkomme okay echt nicht willst du hast doch so eine wunderschöne singstimme ja jetzt was gepflanzt na guten hunger würde ich mal sagen wir machen was für die umwelt wir pflanzen ein etwas kitzchen da hinten ja ruste schön ins mikro immer rein damit ja ihr leben was noch erwähnen wollte die folge 27 ist ja bei mir nicht erschienen das lag daran dass das die aufnahme irgendwie kaputt war irgendwas hat er nicht hingehauen ich konnte sie nicht rendern und auch nicht hochziehen bei die folge nur glaube ich weiß ich und ging und dann wurde es schwarz und naja schwarz bild wollt ihr alle nicht haben auf jeden fall deswegen deswegen kam die folge nicht bei mir sondern nur bei der kalypso sorry deswegen konntet auch nichts mehr machen und jetzt sie träumt so ein bisschen sieht die das was sehr merkwürdig ist leute guck mal guck mal mein feier an wie kleiner in ginsatz zu kallis körper was ist das für ein feil was ist wohl frei wo man denn dann dings raus deinen den bogen und dann feil hol die tsi raus da und jetzt kommt ihr mal den feiern in dieser zu meinem körper nein dein feil wie soll ich den angucken da siehst du dein feil nicht ja vorne spitze ja siehst du wie klein da ist und klein umso kleiner bricht er doch ja ich gehe looten ja ich gehe in die richtung des großen wo wollen wir eigentlich hin zu der großen hütte da hinten oder oder wie jetzt da braucht nicht so ne die wollen uns irgendwie alle wegkappen das ist doch viel zu wenig baumfeld und schön pflanzen habe ich doch schon vier stück der baum steht ja noch ok ich bin leicht verwirrt ich weiß nicht wieso heute ist nicht mein tag wo habe ich jetzt eine verhörte aufnahme ihr lieben von der elia es tut mir aber leid ja baum ist gefallen schieb ihn schieb ihn schieb ihn schieb ihn gib den baum zu kalli ach man du hätte es sein können ne ach man sind mir irgendwie ein bisschen zu wenig bäume helia mach doch mal ein baumparadies hier draus natürlich ich hake die erstmal ab ne ja unbeziekt baumfeld zu schaffen also wo wollen wir dann hin zu unserer hütte nach unten oder nein bist du verrückt du hast mir ja nicht geantwortet nein wir werden hier irgendwo eine große hütte suchen und da werden wir uns verkriechen nicht ganz ohne hütte die haben wir ja schon markiert auf der karte haben wir die markiert kleines ding doch haben wir eigentlich die habe ich doch mal gemarkiert was sehr großes haus sehen wir doch von hier aus sehr großes haus reparieren tschuldigung das war nichts ich habe es mitbekommen es ist auf meiner aufnahme echt ja komisch aber wahr das ist irgendwie hier hm und ich höre mich wieder doppelt bei dir ich bin nicht so laut ey ich habe eckes teils so eingestellt mann du ich kann das spiel nicht leiser drehen du musst die zombies atmen ja die schleichen sind schon so hinterlässt sich gar nicht rein die zombies atmen ich glaube die tun nicht mehr atmen ach die tun so röcheln und so und so und da hinten krabbelt dein freund übrigens Elia ich habe einen freund? ich tue wo ich gucke und da hinten zuckt noch einer der hat sich gerade um die straße gelegt ich weiß nicht warum das waren alle bäume? da hinten haben wir noch ein paar bäume das ist ein bisschen kläglich das ist ein bisschen kläglich an bäumen Elia oh das war knapp ach man in welches auch Elia weißt du was hab ich haben wir irgendwas angelassen? nö wir haben gar nichts angelassen ich war mann ich treff den nicht das ist voll uncool getroffen oh der ist auch tot alter das ist die schwachstelle getroffen herzlichen Glückwunsch alter Glanzschuss oh bonbondose ja mit A mit A komm warte komm schon ja ich bin ja ich renne doch schon sag's mir doch dass ich meine Leuchte du hast deine Leuchte noch an ja danke wie sieht denn die Kirche aus oh ok Grafikfehler hm gib den Spiel Zeit zum laden es dauert manchmal wollen wir eine Runde beten gehen? du willst da rein? ich glaub wir sind wir 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 werden ja ausgeschmissen ach man einfach mal bisschen stein wir brauchen wieder Fleisch wir brauchen wieder Fleisch was rennt er denn da hinten so? da soll man stehen bleiben die Stimmung verändert sich im Jahr 2223 die Welt ist nicht mal das was sie mal war wartet's auf nur zwei Ladies haben überlebt ja mit Pfeil und Bogen ja mit Pfeil und Bogen wird John Connor die Welt retten oh dann keke ich scheitern da war so'n Vogelarsch haben wir eigentlich Honig dabei? ja nö du hast keinen Honig dabei? ich äh muss nur mal nö du gibst mir ja sicher dein Honig nö ich hab zwar drei Stück aber ich teile das wir sind Kameraden in 2223 ja das ist aber heute noch nicht so der Fall ist das nicht bum bum Gelände? ja aber ich weiß nicht ob sie auf dem auf dem ich weiß es nicht wollen wir einfach na lauf vor ich ich folge dir mit äh schützendem Abstand warte mal ich fang mal meine Pistole mit ja meine Aufmerksamkeit ist auch ein bisschen eigentlich ich hab nen Hund gehört was das war nur der Wind achso oder der Terminator der Terminator der sich langsam uns heranschleicht und beobachtet die perverse Sau perverse Sau ja wenn er sich anschleicht und uns beobachtet deine Aufnahme was stimmt nicht bitte Helia die perverse Sau stimmt nicht ähm daneben warte mal da bist du deine Freundin von links ist die schneller? die ist ein Terminator ich muss auch Bo nach ein zuckender guten Tag junge Dame ohhh daneben rückwärtskrank warum? nicht so nah Helia sonst steckst du dich an hm hab ich grad ne Schlange gehört? hm Mutti hat sehr viele tolle Sachen der Weg ist weit oh mein Gott Eier jaaaa mit R das war keine Schlange die ich gehört habe wir gehen mal hier lang das war mein Magen oder der Terminator der da hinten hinter der Ecke steht äh nein nicht gut okay warte mal hab ich gelatzt ok hab mich heute gekratzt kann weiter gehen kratzen und weh drücken das kann nicht jeder kannst du das? na klar dann lass ich mal die Maus kurz los los kratz mal hast dich gekratzt? ja du hast an einem Vogelness vorbeigelatscht und stirb dich bitte deswegen nämlich dieses das hab ich auch gesehen ja ja natürlich ja schön auf den Boden kicken ok guck mal hier ist auch noch eins aber ich hab da auf den Boden gekickt gekickt? gekickt gekickt kicker ich hörs atmen atme es tut mir leid laufe mein Kind laufe voran Ilia latsch doch mal bitte auf die Radkappe dort nein dann müssen wir wissen ob das bumm macht oder nicht bumm macht ganz grusel Bär wo? hinter dir geradezu ach da ja der ist harmlos was? ja das kriegen wir geschissen wir müssen uns kurz auf den Stein stellen dann kriegen wir auch diesen Bären umgenietet wurde mir geweißsagt kriegen wir hin würde da in meine herzen Muni da würde meine herzen Muni drauf gehen aber was soll es wir werden wohl noch wirklich hier ach hier hier wieder ja der Bär greift Zombies an er hat grad den dicken Platt gemacht nice gefällt mir nice Bär nice Bär den lass mal wehren ach der Vogel ich hab ihn getötet Alter was stimmt nicht mit dir du hast geschädet ich hab ihn getötet Ilia hier ist ne Radkappe rechts von mir der dreht rauf pack alles in den Inventar rein und ich guck zu aber das ist ein Zombie Bär das ist ein anderer Bär wo ist denn der andere Bär? erst mal anschießen der Zombie Bär vielleicht ist er das ja auch der Zombie Bär legt sich auch mit Zombies an hä? ich dachte na ja ich mein ich hab's äh von der Seite sieht er ja auch wie ein normaler Bär aus von der anderen Seite sind wir überschreiten hier eigentlich ist hier ein paranormale Activity oder so? was? eigentlich müssten hier noch Geister rumschwören ne? Zombies reichen? wow tun ja eh nix außer hinterher klucksen oh mir ist warm ich gönne mir mal Jukka 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 ich nimm uns mal was warmes mit für die Nacht weil da werden wir wahrscheinlich frieren mhm sehr schön sehr schön rechts eine Götter eine Göttern? ach so ein Gott ein Hund eine Götter eine Götter okay hi hi ich glaub er rupelt ja das tun wir bald auch ja wer fällt ein? oh Mais ich koch dir denn ein Ei komm wir suchen mal den Eingang komm wir suchen mal den Eingang aber guck mal hier müssen die ähm noch gegen die Felsen schlagen wenn sie so doof sind sind sie es ruckelt leicht bei mir hab ich das Gefühl ja lade alles gut 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 ey hier ist ein Klo hier draußen voll toll oh ich muss mal alter meiner okay nimm ich dir auch nicht weg besser als der andere mit den lila Höschen der sieht so ein bisschen aus wie Björn von The Vikings wer? ach okay alles in Ordnung Tiesaufen weiß was ich meine lass die Tiesaufen aus dem Spiel ja schütze meinen Arsch okay ich guck nur auf den Arsch uh da hockt einer hä? was hä? oh scheiße warte ach er ist aufgestanden ach der auch ich geh raus oh ich hab was da hinten erschossen bitteschön willkommen komm komm raus Zwillinge Zwillinge alter da steht ja nochmal auf das wird ja auch so komisch wo hast du das Kreuz? ähm direkt an der Spitze vom Pfeil hm pardang also direkt da wo der Bogen ist wo man nicht sehen kann ob man trifft äh ne eigentlich in der Mitte vom Bild mein Bogen ist direkt in der Mitte ist das normal? war das schon immer so? ich müsste mir da mal deine Folge angucken ja guck mal bitte oh ihr hat ein Blacksuit öppische Jackett ich glaube ne danke mit A mit A ach ich mags ja nicht guten tach junger Mann ich kann die nicht anvisieren uuuh er hat jetzt Kopfschmerzen jetzt ist besser der Trolle hat falsch gehalten Elia wir müssen uns beeilen ich hab das Gefühl wir schaffen das nicht wir müssten ja eigentlich ganz nach oben ne? hallo ja wir müssen ganz nach oben so hallo jemand hier beim Kaffee ja hier können wir viel looten ja 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 Elia ja ich bin bei dir Treppe Treppe ok Treppe hier stöhnt irgendwas ich habe es vernommen ich habe es vernommen eigentlich spawnen sie hier ganz gerne immer in der Sitz-Lounge? war ja klar faulle Zombies gib den Ding 5 Minuten dann sonst alle hinter uns müssen lauter sein ich habe doch gerade was vernommen von draußen wahrscheinlich was ist hier? gesperrt achso Kadi war schon eher dran welch ein Vogel? was flattert hier? trotz Leuchte ist es doch recht hallo dunkel wuckelt ein bisschen immer äh woher sind die da draußen? warst du? ja Lilia was? komm wir catchen tier von draußen hm sollte eigentlich von draußen sein vielleicht wieder eine vielleicht wieder eine ähm Horde nein ich verdrück mich hier meine Güte Lilia? ja alter könnte vielleicht eine Horde sein das sieht auch so aus nee die hockt da unten die sind hier unten gespawnt ich will nicht wissen was anschließend gespawnt also sicher sind wir auf jeden Fall hier drin nicht nee wir hätten Gas gesagt dass das ist was? alles in Ordnung boah Helia mensch nein was machst du? hinter uns damit hinter uns nichts kommt nö 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 kannst du da weg machen komm hoch ja prima jetzt kann nichts hochkommen he 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 aber von oben runterfallen ja dann soll sie runterfallen sind halt nicht allzu schlau die gutsten ne so wie hey die zu mir haben auch Gefühle zwar tote Gefühle aber auch ne Ahnung was ich erzähle heute willst du weiterhören? ja ne der ist selbstverständlich? na hopp hopp ja warte doch also von unten kann keiner folgen es sei denn hier gibts doch im weg nach oben so aufpassen mhm jetzt kommt die Hoferdost um der Ecke ihr Scheißnerd schütz meinen Arsch jo jo so podelich aber ich würde sagen weiter gehts in der nächsten Folge ihr Lieben okay estamos fürs zusehen und bis dann Bis dann, tschüss, tschüss. Ciao, ciao.